Eine Reise zum Mond Eine Geschichte über eine Gruppe von fantasievollen Kindern, die eine Rakete bauen und sich auf eine aufregende Reise zum Mond begeben. Dort treffen sie freundliche Außerirdische und entdecken die Wunder des Weltraums. Es war einmal eine Gruppe von Freunden, Max, Mia, Ben und Emma, die sich in ihrer Fantasie auf eine außergewöhnliche Reise begeben wollten. Sie träumten davon, den Mond zu besuchen und das Universum zu erkunden. Gemeinsam beschlossen sie, eine Rakete zu bauen und ihren Traum wahr werden zu lassen. Mit Kartons, Farben und viel Fantasie begannen sie, ihre Rakete zu gestalten. Sie malten sie bunt an, klebten leuchtende Sterne darauf und fügten Knöpfe und Schalter hinzu. Ihre Rakete sah aus wie ein echtes Raumschiff. Sie waren stolz auf ihre Arbeit und konnten es kaum erwarten, abzuheben. Endlich war der Tag der großen Reise gekommen. Sie setzten ihre Helme auf, schnallten sich in ihre Sitze und starteten den Countdown. Drei Zwei Eins Abflug zum Mond Die Rakete hob ab und die Kinder waren aufgeregt, als sie höher und höher in den Himmel stiegen. Während des Fluges beobachteten sie die Erde, die immer kleiner wurde, und das Universum, das sich vor ihnen erstreckte. Sie sahen die glitzernden Sterne und die fernen Planeten. Es war ein atemberaubender Anblick. Die Kinder konnten ihr Glück kaum fassen, dass sie tatsächlich auf dem Weg zum Mond waren. Nach einer Weile erreichte die Rakete den Mond. Die Kinder waren erstaunt über die Landschaft, die sie dort sahen. Es gab viele Krater und Berge, und der Boden war mit feinem Mondstaub bedeckt. Die Schwerkraft war schwächer als auf der Erde, und sie konnten springen und schweben. Plötzlich entdeckten die Kinder freundliche Außerirdische, die auf dem Mond lebten. Sie hatten bunte Antennen und lustige Formen. Die Außerirdischen hießen sie herzlich willkommen und luden sie ein, ihr Zuhause zu erkunden. Max, Mia, Ben und Emma waren aufgeregt, neue Freunde kennenzulernen und mehr über das Leben auf dem Mond zu erfahren. Gemeinsam mit den Außerirdischen spielten die Kinder im Mondstaub, sprangen über Hügel und lachten viel. Die Außerirdischen zeigten ihnen ihre erstaunlichen Technologien und wie sie ohne Schwerkraft leben. Es war eine faszinierende Erfahrung für die Kinder, das Leben auf dem Mond zu entdecken. Die Zeit verging viel zu schnell, und es war an der Zeit, sich von ihren neuen Freunden zu verabschieden und zur Erde zurückzukehren. Die Kinder waren dankbar für die unglaublichen Erlebnisse und die Freundschaft, die sie auf dem Mond gefunden hatten. Sie versprachen, wiederzukommen und weitere Abenteuer zu erleben. Mit einem letzten Blick auf den Mond starteten die Kinder ihre Rakete und machten sich auf den Weg nach Hause. Sie waren erfüllt von Freude und wertvollen Erinnerungen an ihre Reise zum Mond. Nachdem die Kinder sicher auf der Erde gelandet waren, fühlten sie sich voller Aufregung und Freude über ihre fantastische Reise zum Mond. Sie erzählten ihren Familien und Freunden von den freundlichen Außerirdischen und den atemberaubenden Abenteuern, die sie erlebt hatten. Alle lauschten gespannt den Geschichten der mutigen Weltraumforscher. Die Kinder waren inspiriert von ihrer Reise zum Mond und beschlossen, ihre Fantasie und Kreativität weiter zu nutzen, um die Welt zu erkunden. Sie bauten Modelle des Sonnensystems, lasen Bücher über Astronomie und träumten von weiteren Reisen zu den Sternen. Ihre Reise hatte ihre Vorstellungskraft entfacht und ihre Neugier geweckt. Max, Mia, Ben und Emma wussten, dass die Erde und das Universum noch so viel zu bieten hatten. Sie waren bereit für neue Abenteuer und Herausforderungen. Mit ihrer Freundschaft und Fantasie waren sie zu allem bereit. Und so endet die Geschichte der mutigen Kinder, die zum Mond gereist sind. Aber ihre Fantasie und ihr Entdeckergeist werden sie immer weiter tragen, während sie ihre Träume verwirklichen und die Welt mit ihren einzigartigen Blickwinkeln bereichern. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020